Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Crypto Alphabet. Meine Wenigkeit, wir suchen aktuell ja immer noch nach Projekten, die einen guten Anstieg erleben können und die mindestens einen 100 bis 1000 X Potenzial haben. Das Ganze ist natürlich ein sehr, sehr spekulativer Investment und nicht für jeden gedacht. Vor allem, wenn ihr noch ganz frisch im Crypto Markt sein solltet, dann solltet ihr auf jeden Fall meine älteren Videos anschauen, euch einen Main, einen Hauptportfolio zusammenstellen, wo Algorand, Near, WeChain, etc., XRP, Bitcoin, Ethereum drin sein können. Und für die ganz spekulativen und mal so stärkeren Anstiege kann man auch, wie ich das aktuell mache, in solche Projekte investieren, die eine ganz kleine Marktkapitalisierung haben, wie dieses Projekt, welches ich euch heute vorstellen werde, weil dieses Projekt ist eine Creme de la Creme. Dieses Projekt kann und meiner Meinung nach wird einen guten Anstieg erleben. Warum das Ganze so ist, werden wir uns heute anschauen. Wie ihr wisst, haben wir unsere Telegram-Muppe, wo ihr auch alle mit reinkommen könnt. Das ist eine sehr familiäre Telegram-Muppe. Und in der Videobeschreibung, schaut euch an, tretet um unsere Telegram-Muppe bei. Da haben wir uns zusammen viele verschiedene Projekte angeschaut und auch geschrieben. Und die Liste wird auch immer länger, weil wir immer neue Projekte entdecken. Und die Projekte, die ich persönlich an erster Stelle mal interessant fand, wo ich direkt sage, hey, das ist ein gutes Projekt, habe ich mal mit grün markiert. Und für die Projekte, wo ich immer so eine Macke gefunden habe, habe ich mal ein Rot dahinter gesetzt. Ich habe mich jetzt über die Tage, vor allem über die Nächte sehr, sehr stark mit den Projekten beschäftigt. Habe mir die ganzen White Papers durchgeschaut, habe mir das ganze Team dahinter angeschaut und habe dementsprechend für mich den Entschluss gefunden, dass dieses Projekt zum Beispiel nicht so direkt für das, was ich will, taugen wird. Das muss aber nicht heißen, dass dieses Projekt automatisch schlecht ist. Im Gegenteil, es kann auch sein, dass dieses Projekt viel stärkere Anstiege leben kann. Aber ich persönlich habe mir mal das Ganze mal durchgesiebt. Wir haben ja auch voll viele verschiedene Projekte genommen, angeschaut, 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 habe die besten immer rausgesiebt. Und nach und nach habe ich einigermaßen die guten raus für mich entdeckt. Und die Liste wird auch immer länger und ich mache das Ganze auch weiter. Und ich werde versuchen, zu jedem einzelnen Projekt auf der Liste, also hauptsächlich die im grünen Bereich sind, aber auch wenn wir heute Abend im Livestream um 17 Uhr, mache ich einen Livestream, das nochmal als besprechen. Und da werde ich halt nochmal auf die Punkte eingehen, warum ich diese Projekte nicht so gut fand, um darin zu investieren. Aber wiederum Projekte wie zum Beispiel Chlor.ai, was wir heute uns anschauen werden, gut finde. Daher könnt ihr auch gerne in unsere Livestream beitreten, heute um 17 Uhr. Ja, würde mich wirklich sehr freuen. Ihr könnt auch eure Projekte da vorschlagen. Und bevor halt wir jetzt in dieses Projekt starten, bevor wir uns das Ganze anschauen, was Chlor.ai für ein Projekt ist, wie hoch dieses Projekt steigen kann, würde ich doch einfach sagen, da wir jetzt kurz vorm Ende dieses Jahres stehen und ich kurz vor den 1000 Abonnenten bin, einmal, dass ihr mit eurem Finger oder mit eurem Mauszeiger aus Abonniert-Button klickt. Denn das Ganze würde mich wirklich sowas von unterstützen. Das ist für mich ein persönlicher Ziel, bis zum Ende dieses Jahres die 1000 Abonnenten zu erreichen. Jeder einzelne von euch zählt. Jeder einzelne von euch kann da mitwirken. Also bitte nur einmal kurz auf Abonniert-Button klicken. Und wenn euch das Video gefallen sollte, einmal auf Daumen nach oben. Wie gesagt, das Ganze ist sehr spekulativ. Es kann sein, dass dieses Projekt richtig stark ansteigt. Aber es kann auch sein, dass ihr euer Geld komplett verliert, weil das ein Small Cap Projekt ist. Was Small Cap bedeutet, das bedeutet, dass dieses Projekt eine kleine Marktkapitalisierung hat. Im Gegensatz zum Beispiel zu Bitcoin, wo eine hohe Marktkapitalisierung vorhanden ist. Daher für Anfänger ist das persönlich meiner Meinung nach nichts. Aber wenn ihr gerne, ja sage ich mal, so ein bisschen Spannung haben wollt, dann kann man auch hier mit ganz kleinen Budgets investieren. Was ich persönlich auch mache. Was ist Claw.ai? Schauen wir uns erstmal die Tokenomics an. Wir haben ungefähr eine 30 Millionen Marktkapitalisierung und befinden uns laut CoinMarketCap auf Rang 657. Das heißt, dass dieses Projekt eigentlich relativ unbekannt ist. Es kam ungefähr Anfang dieses Jahres raus. Anfang 2023. Und ist daher auch ein sehr frisches Projekt. Ein junges Projekt. Hat auch einigermaßen gute Anstiege erlebt schon mal. Ist in die Bereiche von ungefähr 26 Cent gestiegen. Und wir befinden uns aktuell auf den Bereichen von 11 Cent. Daher bin ich bereit, aktuell in dieses Projekt zu investieren. Aber das Ganze werden wir uns nachher im Chart genauer anschauen. Das Umlaufangebot von diesem Projekt, also das Gesamtangebot, ist ungefähr bei 265 Millionen und aktuell Umlauf ist bei 249. Das heißt, da ist irgend so ein Burn-Mechanismus eingebaut, wo diese Coins irgendwie burnt. Wenn ich irgendwas Falsches sage, korrigiert mich gerne unten in den Kommentaren. Aber das Projekt ist an sich ähnlich wie Render. Ihr kennt ja vermutlich Render. Jeder, der dieses Projekt verpasst hat, hier in den unteren Bereichen, nicht einsteigen konnte. Das Ganze könnte für euch sehr interessant sein, weil Chloiai ist ein ähnliches Projekt. Zudem habe ich auch noch ein Projekt entdeckt gehabt und darüber auch ein Video gemacht gehabt. Und zwar, das Ganze habe ich euch schon sehr oft vorgestellt gehabt. Das war dieses, ja, wo habe ich das hier nochmal? Okta, Okta-Projekt. Kennt ihr vermutlich auch. Ich habe darüber mal ein Video gemacht. Und ich habe persönlich auch darin investiert. Okta USDT, genau. Dieses Projekt habe ich, na, das ist nicht das Projekt. Ich werde keinen Cut setzen. Ich werde diese Aufnahme komplett bis zum Ende durchziehen. Aha, genau. In den Bereichen habe ich persönlich investiert. In den Bereichen von 60 Cent habe ich in Okta investiert. Und so ein ähnliches Projekt ist Chlor.ai. Ein sehr spannendes und auch ein sehr interessantes Projekt, weil es erfüllt genau die ähnlichen Aufgaben. Wie ihr sehen könnt, das Ganze könnt ihr auch auf den gängigsten Börsen kaufen. Ich persönlich kaufe es aktuell auf Coinnex. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne über Coinnex das Ganze auch tun. Ich bin mittlerweile ein Partner von Coinnex geworden. Zudem haben wir auch noch Gutscheine zu verschenken. Wenn ihr das Ganze haben wollt, kommt gerne in unsere Telegram-Gruppe. Ja, für den Bereich von 11 Cent kann man meiner Meinung nach in dieses Projekt investieren. Der einzige Manko bei diesem Projekt, was mir persönlich nicht gefallen hat, ist, dass wir ein sehr kurzes, kleines White Paper haben. Es ist nicht so viel beschrieben, wie ich persönlich das von anderen Projekten kenne. Ich weiß nicht, wie die Tokenomics sind und wie die Verteilung ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich dieses Risiko trotzdem bereit, weil das Projekt an sich ist sehr, sehr, sehr stark. Und vor allem auch die Partnerschaften sind sehr stark. Was genau ist das für ein Projekt? Es ist sehr ähnlich wie RAND aufgebaut, nämlich ein verteilter Supercomputer, der ihre Anforderungen entsprechen. Das heißt im Grunde genommen, also das ist jetzt das, was ich vorgelesen habe, dass man seine Grafikleistung, seine Speicherleistung zur Verfügung stellen kann, damit andere Leute dies nutzen, die es zum Beispiel für Bitcoin-Mining brauchen, für künstliche Intelligenzprojekte brauchen, für Netzwerke brauchen und noch für viele, viele weitere Sachen. Auch zum Beispiel zum Rendern brauchen, das was eigentlich Render an sich macht. Also wenn wir jetzt große Filme auf großen Leinwänden, ihr kennt ja vermutlich auch die Kuppel in Las Vegas, wo solche riesen Monitore Sachen schnell rendern müssen, muss natürlich auch eine hohe GPU-Leistung zur Verfügung gestellt werden. GPU ist eigentlich so gesehen die Grafikkartenleistung und jeder kann seine Grafikkartenleistung hier mit anbieten und dafür kann er mit Chlor.ai, also mit Chlor eigenem Token belohnt werden. Das ist der große Vorteil und natürlich wenn man Dienste von Chlor.ai kaufen will, weil man zum Beispiel so einen riesen Leinwand hat oder weil man sich jetzt mit künstlicher Intelligenz sehr stark beschäftigt und daraufhin aufbaut, dann kann man natürlich auch hier sich eine GPU-Leistung erkaufen. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch natürlich auch zeigen. Ja und das ist halt der große Vorteil und es werden auch aktuell die GPUs zur Verfügung gestellt und auch genutzt. Das ist der große Vorteil und das ist das, was mich bei diesem Projekt sehr, sehr gefreut hat und der Grund war, warum ich mich damit jetzt mehr beschäftigt habe. Genau, die Anwendungsfälle, ganz einfach, KI-Training, wenn ihr künstliche Intelligenzprojekte habt oder halt wie großen Unternehmen in diesem Falle, dann können sie natürlich GPU-Leistung verwenden und dafür halt dieses Projekt nutzen oder auch zum Beispiel Render oder auch Okta, wo ich auch vorgestellt habe. Bergbau, das ist eigentlich im Grunde genommen Mining, sei es Bitcoin-Mining, sei es viele verschiedene Proof-of-Work-Projekte, Mining, egal welches Projekt. Ihr könnt einfach die Leistung von Chlor.ai nutzen, um eure Projekte, um eure Miningen zu vervollständigen und natürlich vom Filmrendering, also das, was hauptsächlich eigentlich Render macht, Rendern von Filmen, von großen Dateien und das Ganze auch richtig auf die Leinwand zu bringen. Ein sehr, sehr spannendes Projekt und vor allem mit einer kleinen Marktkapitalisierung ist es persönlich für mich ein Investment wert gewesen. Ja, die Partner, da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo ich persönlich gesagt habe, geil, das ist das, was ich genau gesucht habe. Nvidia als Partner, mega. Das Ganze wusste ich natürlich nicht und habe natürlich mal danach gegoogelt. Es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Partnerschaft, weil genau das benötigt wird, womit diese Partnerschaft mit diesem Projekt zusammenhängt und genauso hat dieses Projekt auch eine Partnerschaft mit Ubuntu, kannte ich, dieses Unternehmen kannte ich davor auch nicht, ist ein Betriebssystem von Linux. Linux ist ja auch ähnlich wie Microsoft, wie Macintosh oder Windows, also Windows, Microsoft und halt Linux und dann gab es auch noch das Unternehmen Jupiter, auch sehr, sehr stark, kannte ich davor auch nicht und diese Partnerschaften haben für mich dafür bereitgestellt, dass ich mich mit diesem Projekt einfach mehr beschäftige. Genau, warum wir halt niedrige Preise etc., hier ganzen Bonis, was man hier bekommt und noch ein weiterer guter Punkt, dass dieses Projekt ein gutes Projekt ist, Chlor hält sich strikt an die europäischen Gesetze und gewährleistet so die Limitität und Zuverlässigkeit unserer Geschäftstätigkeiten. Mega geil, ihr wisst, früher oder später wird alles reguliert werden und wenn solche Projekte jetzt schon damit anfangen, ist das ein gutes Zeichen. Da können wir auch nochmal sehen, wir haben ungefähr aktuell bei diesem Projekt 7.625 Grafikkarten, 1598 Maschinen, ich vermute mal einfach Rechner und ja, alles andere, was ihr auch hier sehen könnt. Genau, was haben wir hier unten noch? Ihr könnt natürlich eure Grafikkarte zur Verfügung stellen, dafür könnt ihr auch mit dem Token so gesehen belohnt werden. Genau, und wir können uns jetzt auch mal anschauen, was man alles hier verwenden kann, wie das Ganze funktioniert. Man geht ganz einfach auf den Marktplatz und wenn man zum Beispiel eine 6x RTX 3080 brauchen würde mit 10 GB RAM, wer RTX nicht kennt, das ist eine Grafikkarte von Nvidia. Grafikkarten braucht ihr eigentlich generell für alles, wenn ihr irgendwas verarbeiten müsst, Bilder, wenn ihr so gesehen auch in diesem KI-Training, Grafikkarten sind eigentlich heutzutage gar nicht mehr unab... Man kann gar nicht mehr Grafikkarten vorstellen, und die Grafikkarten werden auch immer besser und immer stärker. Damals, wo ich mein eigenes PC zusammengebaut habe, habe ich mit einer 2070 Ti angefangen gehabt, RTX Variante, äh, Ti Variante und jetzt mittlerweile gibt es ja schon die 3080, 4080, 4090, was weiß ich, und die sind auch mega teuer geworden mittlerweile. Dadurch sind auch natürlich die Aktien von Nvidia gestiegen, vor allem wegen dem Mining. Und, wenn ich das Ganze brauchen würde, für mein Mining-Projekt zum Beispiel, kann ich einfach auf Mieten drücken, kann mir halt, äh, den Zweck auswählen, wofür ich das Ganze machen will, mal angenommen, ich nehme einfach mal jetzt hier, das Original von ihm, kann dann hier alles eintragen, und das natürlich, äh, bestellen und das Ganze auch mieten. Ganz einfach erklärt, wer sich natürlich damit speziell beschäftigt. Dann haben wir noch, ähm, ja, die ganzen Roadmap, was ich vorhin auch angeschaut habe, die haben damals Dezember angefangen, 2022, und es ist so Richtung Anfang 2023 auf den Markt gekommen und hier könnt ihr mal die ganze Geschichte von diesem Projekt mitverfolgen und das finde ich generell bei Projekten sehr schön, wenn sie zeigen, was sie gemacht haben, was sie noch machen wollen, wie es auch bei diesem Projekt, ähm, vorhanden ist, weil sie haben auch angefangen, hey, Oktober 2023, November 2021, Dezember, und danach geht es schon los, äh, erstes Quartal, 24, zweites Quartal, 24, und nochmal zweites Quartal, 24, drittes Quartal, 24, was genau mit diesem Projekt an sich noch passieren wird. Ich wollte euch dieses Projekt so schnell wie möglich raushauen, falls ihr investieren wollt, falls ihr noch Projekte sucht, daher werde ich mich über die Zeit natürlich noch mehr mit diesem Projekt beschäftigen und, äh, euch immer wieder updaten, hey, was ist los, wie entwickeln die sich, ich habe auch, ich bin auch in der Telegram-Bruppe von denen mittlerweile drin, werde mal den CEO anschreiben, über das Team habe ich direkt jetzt auf den ersten Blick nichts gefunden, was für mich persönlich interessant wäre, also wer ist da noch alles dabei, nur in der Telegram-Bruppe schreibe ich jetzt mit dem angeblichen CEO, ähm, ja und, wie gesagt, es war ein, es ist ein sehr interessantes Projekt, ich werde auf jeden Fall rein investieren, aber, wir schauen uns mal an, wo wir uns befinden, die guten Preise waren natürlich hier bei der 8 Cent, 11 Cent, das Ganze kann man hier natürlich viel besser sehen, ähm, hier Anfangszeiten, aber wer von euch war da, wer von euch hat dieses Projekt überhaupt auf dem Schirm gehabt, es ist sehr schwer, und in diesem Bereich investieren meistens die Leute, die im Team sind, die davon Wind bekommen haben oder sonst was, es ist sehr schwer in den Anfangsbereichen mit in diesem Projekt reinzukommen, aber aktuell nach so einem starken Anstieg in diese Korrektur, wo wir uns aktuell befinden, äh, kann man meiner Meinung nach investieren, auch wenn es gerade aktuell so aussieht, dass wir weitere Korrekturen erleben, kann man hier meiner Meinung nach mit DCR anfangen, warum nicht, auch wenn wir jetzt wieder auf die 8 Cent Bereiche wieder runterfallen sollten, wenn man, wenn das nicht passieren sollte, hat man zumindest in den oberen Bereichen noch eingekauft, also in den unteren oberen Bereichen von 8 Cent, und das ist jetzt auch kein großer, sag ich mal, großer Gewinn zwischen 8 Cent und 11 Cent zu investieren, weil wenn man hier DCR machen würde, in den Bereichen, finde ich persönlich für mich eine gute Strategie, weil langfristig könnte dieses Projekt durch Anwendung, und durch die kleine Marktkapitalisierung, was dieses Projekt auch hat, äh, sehr, sehr stark durch die Decke gehen, ob das Ganze so kommen wird, das kann euch niemand sagen, ähm, meine ersten Ziele bei diesem Projekt, wären natürlich erstmal die 1 Dollar Marke, äh, da würde ich natürlich erstmal anfangen, ein wenig Gewinne mitzunehmen, und je höher wir steigen, desto höher werde ich natürlich die Gewinne mitnehmen, aber bei so einer Marktkapitalisierung, kann so ein Projekt wirklich, sehr, sehr stark durch die Decke gehen, das Ganze müssen wir natürlich in der Zukunft, beobachten, anschauen, aber ich persönlich bin wirklich davon überzeugt, dass solche Projekte, die Renderung, also die GPU und CPU Leistung zur Verfügung stellen, einen sehr guten Anwendung finden werden, und damit auch gute Preise erzielen werden, ähm, ja, das Ganze konnte ich, habe ich auch irgendwo noch gesehen, dass man es irgendwo kaufen kann, die Statistik habe ich mir durchgeschaut, aber mich hat eine Sache noch mehr interessiert gehabt, genau, hier, die Vernetzung, genau, je mehr Leute da halt mitmachen, je mehr Unternehmen auf dieses Projekt aufmerksam werden, desto größer wird das Netzwerk gesamt, sehr, sehr interessant, genau, ja, schaut es euch an, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Projekt, beschäftigt euch gerne mit diesem Projekt, kommt gerne in unsere Trier-Muppel, und ihr könnt auch mich gerne des Besseren belehren, wenn es irgendwas Neues geben sollte, wie gesagt, wenn ihr das kaufen wollt, und mit dem kleinen Budget da schon mal rein investieren wollt, warum nicht, könnt ihr gerne über CoinX, unten in der Videobeschreibung über meinen Link machen, ich würde von den Provisionen ein bisschen was verdienen, also von den Gebühren ein bisschen was verdienen, ihr würdet davon keinen Cent mehr bezahlen, das Ganze würde sonst ansonsten zu CoinX fließen, anstatt, dass ihr halt so einen wie mich unterstützt, das gilt generell auch für die ganzen anderen YouTuber, wenn ihr irgendwo irgendwas kaufen wollt, macht es über ihren Link, oder auch über meinen Link, weil sonst verschenkt ihr einfach die Gebühren, gerne meldet euch, sagt, hey, jetzt habe ich investiert, oder ich warte noch bis es auf die 18 fällt, das würde mich persönlich sehr, sehr interessieren, und mit diesen Worten sage ich, wir sehen uns heute Abend beim Livestream, danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt, und damit sage ich, bis zum nächsten Mal, Crypto Alphabet! – – – –